Perfomance-Künstlerin Miele Moré, eine Hommage an Body in Sport, die für 50 Jahre für die Rechte der Frauen eingetreten ist. Auch 50 Jahre später ist das noch ein Thema. Sie dürfen für 12 Sekunden in das Last-Kino eingreifen. Perfomance von Miele Moré, der Eintritt ist frei. Sie dürfen für 12 Sekunden in das Kino greifen und ihre Brüste anfassen. Miele Moré, Performance-Künstlerin, eine Hommage an Body in Sport, die vor 50 Jahren für die Rechte der Frauen eingetreten ist. Für 12 Sekunden dürfen Sie in das Kino greifen. So, das war's. Ich bin ein Perfomance-Artist und bin hier für die Frauenrechte und Sexuale Equality, weil wir uns selbst entscheiden, wann wir beobachten werden. Und heute haben Sie die Chance, die in der Box für 30 Sekunden zu beobachten. Und fühle dich frei. Ich bin ein Perfomance-Artist und bin hier. Ich bin ein Perfomance-Artist und bin hier. Und ich bin ein Perfomance-Artist und bin hier. Musik Wir haben die gleiche Sexualität, wie man hat, aber wir entscheiden, dass wir uns selbst beobachten werden, wenn wir uns beobachten werden. Und heute haben wir die Chance. Die Chance in der Bus für 30 Sekunden ist für free. Die Chance in der Bus für 30 Sekunden ist für free. Und es geht nicht darum, ob Sie eine Frau oder ein Mann sind, Sie müssen 18 Jahre alt sein. Die Chance in der Bus für 30 Sekunden ist für eine gute Idee. Untertitelung. BR 2018